Das ist doch gar kein Verkehr hier. Ich weiß gar nicht, was da gerade los war hier. Ich weiß nicht, dass der eine Tochter hat. Ist egal. Wie? Der will die Tochter. Also vor allem Happy Hour. GDL Racing. Du hast irgendein neuer Vermieter seit letztem Jahr hier. Das gehtlich, oder? Ja. Das müsste der Markus gehtlich sein eigentlich. Ja. Frösche. Oh, das wird süßer, wie das auf der Heft. Das kommt jetzt wieder auf der Heft. Ja. 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 Aja, aja, aja. Das war's. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der ist schon klar, der wäre reingefahren. Der ist schon klar, der wäre reingefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020